10 Minuten in deine YouTube-Scheißerei. So, was geht ihr Coach Timotis? Ich stehe wieder kniettief im Wasser und hab kein Licht. Ich schwitze nicht, es regnet einfach ganz viel. Und ja, wir stehen hier in einer Höhle, Gruben Basti ist da, der andere Basti ist da, Kenny ist da, ich bin hier quasi heute mit Doppel B und A. Nach dem Intro. Ja, das ist schon, davon reden wir. Das ist, du hast hier, ja, Steine ohne Ende, eine Leine. Oh, Mr. Klugscheißer weiß natürlich wieder alles. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn Basti immer unklugscheißer. So, Kletter-Matter-Action. Ich weiß nicht, ob das hier nicht schlimmer ist, weil dieser ganze rutschige Leben ist. Wie findet ihr Andres neue Fräse? Äh, man soll zum letzten Mal. Hey, das ist schon geil hier, ne, mit diesen alten Stützen und so. Meine Fresse, ey. Da ist Kenny, da ist der Rest. Es ist super glatt. Mein Plan geht nicht auf, dass André die Kamera nimmt, weil er einfacher braucht. Achso, ja, sag doch. Alles gut. Geht? Ja, passt. Folgen mal jetzt hier der Gang, würde ich sagen. Aber leise. Geil. Ich halte mich hier an gar nichts fest. Ich halte mich an. Nicht hier drauf drehen. Warum nicht? Dann gibt das Schütte hoch. Ja, moin. Wir gucken mal hinter dich. Uuuuh. Ja, mal los spielen. Durch das an. Ja, das ist hier wieder Lost Place der Spitzenklasse. Na ja, guck doch die Loren an. Das ist ja mal. Ja, das ist auch mal so ein Platz. Ohne bescheuerte Graffiti. Das ist eine gute Sache. Deshalb packen wir jetzt erstmal die Spraydosen aus und ändern das. Bis gleich. So, jetzt gefällt mir so ein bisschen. Jetzt bei Jami und Jochen vorbei. Ja, Schuhe sind wieder nass. Ekelhaft. Ja, hier ist schon geiler. Oh, die Schuhe. Ja, ich verzichte. Ich geh keine morschen Holzleitern runter, Alter. Jetzt wollen die da durchnehmen, welche Leitern runter. Kann man doch nicht bei den Rundsäck? Ja bitte. Einmal die Kamera. Jetzt mal bist du bescheuert. Klapp halt hier runter. Das ist ja keine Uferlagerung hier, ne? Die haben hier dieses weiße Gestein rausgeholt. Jetzt flügt der mich auch noch da rein. Ja. Damit wir so Weißwindversicherung haben, was die nicht zahlt. Das geht auch schneller. Einmal fast hin bis hin. Ja, vorhin ist das ja auch schon tiefer, ne? Schleiterpester, komm ich. Das sieht auch schon gut aus, ne? Pass mal auf, dass du nicht wegrutscht, Alter. Sag dir, wer mit dem Flachse hat. Bei dem Leben hier, da machst du auch mit deinem Stiefel nichts mehr. Ja, da hältst du mal vorüber. Du bist jetzt am Grunde? Ja, muss noch weiter. Ach du Scheiße, Alter. Ich bin auch hart an Überlegung, ob ich noch 100 Meter bin. Ja mach ruhig, ich bleib hier. Ich meine halt, ob ich mal umgebe. Ja, ich mach das auf keinen Fall. So, jetzt sind wir eine solche Tiefe. Und... Ja, guckt euch das hier an. Oh, das hört sich geil aus, oder? Ja, Mann. Boah, wie klar dieses Scheißwasser einfach ist. Das ist... Einfach nur zu dunkel, um da weiter zu mulchen. Ja. Wie gesagt, jetzt mit dem Torbrang. Ja, da siehst du was, ey. Aber in das Wasser will ich auch nicht rein, ne? Okay, das ist ja richtig schön klar. Ich glaub, ich leg mal, das kannst du wieder trinken. Weißt du, wie kalt das ist, Alter? Na ja, klar. Aber zur Not kannst du was trinken, oder? Ey, guckt euch das an. So, wer hat jetzt Ahnung, wofür die ganze Rohre und sowas hier sind? Ich nicht. Kann ich dir die mal geben? Ja, klar. Willst du noch aufnehmen? Ja, ja, lass einfach laufen. Soll ich mal das da ziehen können? Da ist ja Rikki-Boy. So, wir machen jetzt die Candy-Cam. Die fehlt auch noch, ne? Die fehlt auch noch. Toi, jetzt wollte ich gerade losstiefeln. Und ja, tut mir leid, ich wollte eigentlich losbremmen, aber... Die liebste Stiefel gibt's hier auch noch. So, gut. Ich soll ihm die Kamera wieder geben, aber ihr rennt weg. Sehr egal. Ach so, hier ist jetzt schon ein Ende. Das war's. So, jetzt lassen wir die Jungs hier ihre Bilder in Ruhe machen und verkrügeln uns weiter. Das zeige ich euch heute. Das ist super schön. Und jetzt könnt ihr euch gleich mal angucken, wie wir wunderschön durch das Wasser laufen. Oh ja, ich seh das Wasser. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum Wasser. Und ja, es wird richtig kalt werden wieder. So, und jetzt geht der Spaß los, denn hier sammelt sich schon was mit Wasser. Also, wir werden gleich über dieses Ruhe gelaufen. Und dann bin ich ja, wie ihr seht. So, wo die Füße schon los ist. Oh, geil. So, wir kriechen dort hier am blödigsten. Oh, jetzt muss ich Posen für die Vortrag. Freunde werden sich meine Füße mit Wasser füllen. So, jetzt warte ich schon, wenn wir Step-by-Step hier rumlaufen. Am besten nicht nur noch komplett im Wasser zu werden, wie ihr seht. Da. Wasser. Wasser. Großartig. Ah, das ist schön. Ich sag mal so. Und die Schuhe wieder sauber, das ist ja auch was Schönes, ne? So. Jetzt sind wir hier auch schon am Ende vom ersten Wasser angekommen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie kalt das ist. Und der darf jetzt auch hier durch. Seht ihr, wie sich das schön spiegelt? Großartig. Ah. Na. Pankos, nasse Füße. Ja, das ist großartig hier, ne? Ich werde tagelang kleine Stiefel anpassen. Ja, das ist großartig hier, ne? Und meine Stiefel ist super abgefahren von der Situation hier. Was ich durchaus verstehen kann. Ich bin ja auch in der Ziele hier. Ekelhaft. Guck dir das an, ey. Von dir was gekannt wollte ich nicht. So. Ich hab von mir jetzt zwei Liter dabei. Ich hab auch noch Getränke dabei. Ich mein in den Juden. Guck, hast du. Ach, nee. Ja, von mir. Das ist der andere Weg, dann kommen wir wieder zu Basti. Nee, war ekelhaft das, ey. Was ist das an, ey? Geben, ne? Geben, ne? Geben, ne? Geben, ne? Ja. Da kannst du laut sein. Ja, ich freue mich auch richtig auf das Video. Ne, liebe Faye. Das hier ist scheiße. Da macht keinen Spaß. Guck dir das an. Da ist die Leiter. Scheiße. Ah, weißt du noch, Alter? Bei der Glasdingz. Bei der Gerrisheimer Glashutte. Ja. Dass ich da mein Schuh verloren hab. So ist das hier. Genau so ist das hier. Nee, war ekelhaft, ey. So. Okay. Wir suchen also hinter mir könnt ihr... Hä? Keine Ahnung, was das war. Also da hinter mir könnt ihr die Leiter sehen. Die wir raus müssen. Äh. Und dann kommen wir eine Sohne nach oben. Und dann machen wir auch weiter. Es tut mir leid, dass ich auch so wie der letzte Penne. Aber ey. Das ist nicht das erste Video, dass ihr seht. Ihr wisst, dass ich so aussehe. Ja. Ich sag einfach mal, wenn wir weiter oben sind, äh. Also. Boah, ich hab die Scheiße. Ich bin ein Wahnsinn. Wir sind jetzt hier so gut wie fertig. Wir stehen jetzt immer noch an so einem Hang. Und, oh, das ist super beeindruckend. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Ja, Mann. Auf jeden Fall. So. Und wir werden jetzt versuchen, den Ausgang einfach komplett zu vloggen, weil, äh, der ist abenteuerlich as fuck. Und, äh, ja, äh, äh, wir gehen jetzt einfach mal, ups, und reichen uns die Kamera dann hin und her, dass wir hier einen super krassen Pingpong Mega Action, da hochklimmen. Hier haben wir noch einmal die Lohren und da hinten zum Abschluss noch einmal diesen super Abgrund. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Da hört es einfach auf, das ist schön. Jetzt werden wir einfach mal hier gucken, dass wir hier rauskommen wieder, ohne dass irgendwas passiert. Das Beste ist jetzt, dass wir hier vor uns, also ihr müsst wissen, Schuhe sehen mittlerweile so aus. Das ist alles voller Schlamm, aber es ist ja doch erst mal Shitstorm, dass du mit Schucks in sowas hier überhaupt reingehst. Ja, ja, shame on me. Was zieht ihr für Schuhe an einem Lost Place? Kommentare. Und jetzt werden wir diese Schlammbocke da hochkrabbeln und hoffen, dass das funktioniert. Das wir alle noch leben. Dass wir alle noch leben. Ich werde dann erstmal filmen, wie jetzt hier der Bassi da hochkrabbelt. Das wird großartig. Ja, und sicher Handschuhe. Aber in Jogger. Schön Adidas. Schön in Jogger. Wenn man es noch hier im Jogger und Schuhe hat. Wer macht das noch? Die Holländer habe ich gehört, ne? Beste Ausrüstung, oder? Also wenn man es weiß, erkennt man noch, dass es Chucks sind. Ja, man sieht Schnürsenkeln, ne? Ja, das war's noch. Ich weiß auch nicht, warum die Chucks nicht standardmäßig in so Matschbrauen produzieren. Ich glaube, es sind so Kaffeebrauen, oder was? So, das geht es jetzt hoch. Das ist sehr großartig. Diese epische Stütze da oben, ne? Oh, aber das scheint zu gehen, ne? Ja. Diese epische Stütze da oben. Das da. Das da. Das schwuggeln. Rettet gerade unser Leben. So, jetzt lassen wir mal den André weitergehen. Gucken mal, wie das hier funktioniert mit dem Hochklimmern. Guck mal nicht. So, da hinten wird gerade fleißig Foto belichtet. Und, ja, diese Bilder hier, ne? Das ist natürlich alles wahnsinnig beeindruckend. Was hast du da? Echt geil. Den würde ich ganz gerne mal sehen. Für Kamera. Okay, der Sebastian hat einen Salamander entdeckt. Guck durch das dann. Ein bisschen weniger Licht geht das? Ja, alles direkt ins Zentrick. Ja, das ist er. Das ist nun mal jemanden Notausgangsschild, oder? Ja, klar. Ja, und hier ist gerade eine Szene aufgebaut. Sie wird belichtet. Vielleicht kriegt da mal ein Leuchten. Ja, ne? So sieht das hier aus. Da ist der Gruppenpix. Der Basti. Kenny. Cetrick. Und der Gruppenaustausch. Ja, durch das Loch müssen wir, ne? Ja, das ist auch der Fall. Ey, ey. Ich muss mal dir das mal einfach mal. Dabei kommt ja eh zum Schluss raus. Wir gehen rein, ne? Du Süße, wir lassen dich jetzt auch in Ruhe. So. Ey, ey, ey. Kollege. Guck mal hier. Wie unheimlich. Uh. Knochen. Leiche gefunden. Oh. Im Lost Place. Oh. Ja, das ist, äh, diese Dimensionen hier sind einfach natürlich atemberaubend, ne? Das ist, hat einfach irgendeiner in den Berg reingehauen hier. Ne, das muss man sich mal hier zugute geben. Ja, auf jeden. Aber wir gehen mal noch in die andere Richtung. Ja, das ist halt einfach, ne, äh, hier super großartig, weil das hört und hört einfach nicht auf. Wir haben aber keine Zeit mehr, denn ganz bescheuert sind wir nicht. Wir haben auf jeden Fall, äh, dafür gesorgt, dass wir uns zu einem gewissen Checkpoint uns melden. Und ansonsten, ähm, wird jemand, äh, hilfelos senden. So. So. Mach mal. Ach. Ach. Eigengegucke. So. Und. Das ist der Ausgang. Das da. Da geht's gleich raus. Boah, wie das schon alles hier abgesackt ist, ne? Das ist ein bisschen geunruhigend. Gesackt ist ja gar nicht. Das ist ein bisschen gebraucht. Das hier. Ja, toll. Viel besser. Okay, du hängst ja überall am Stein oben, ne? Ich gebe dir als erstes meinen Rucksack. Achste, ja. Dann dein hinterher. Und, ähm, dann. Oh, der ist so schwer. Oh, guck mal. Hier, noch einer. Noch so ein Fung. Boah, noch so ein Mega-Blackpack. So. Und jetzt, die Kamera. Obwohl? Ja, doch, lieber dann. Können wir das hier noch filmen, die ich hier rausgekrabbelt kommen? Das hier ist genau mein Ding. Da fühlt man sich doch direkt wie neu geboren, oder? Ja. Das ist super. Ich danke dir. So, jetzt kriege ich mal den Eingang freimachen, aber ich weiß noch nicht recht wie. Weil hier alles super rutschig ist. Das wäre, der sagt nur ein Bild, nur ein Bild. Ich schwöre, es ist die Wahrheit, ne? Können wir noch mal eben die Lohren fotografieren, gell? Ja, wir sind ja. Vielleicht kannst du die Lohren fotografieren. So weit weg sind sie ja nicht. Ich will doch noch mal reingehen. Da kommt dann noch der Kenny. Der Geburtskanal. Das ist der Hammer hier, ne? So nennen wir das. Gebärmutter. Gebärmutter-Zeit. Gebärmutter-Schnitzel. So, das sind die Eingänge, auf die wir, was André? Ja, da stehen wir richtig drauf. Ja, da stehen wir richtig drauf. Ja, die finden wir richtig scheiße. Aber ich fühle mich auch nur dreckig wohl. Das ist, äh... Ja, deshalb bist du ein Punk, oder? Ja. So lege ich mich auch gleich direkt ins Bett. Mit Stiefel. Natürlich. Und allem, warum... Erstmal, warte auf. Erstmal ein bisschen mit Becher klingeln. Oh Mann, musst du halt immer erzählen. Das ist ein Ass, ey. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ja, eigentlich... Ey, soll man so auf den Eierberg gehen? Ja, machen wir, ne? Die erzählen dir was, ey. Ich ja nicht so weit hier von Wanner Eickel bis nach Burgum. Na dann. Geschenkt. Wir können auch hier Gustalstraße gehen. Okay, gehst du weiter? Ja, ich hab mir. Ja. Ja, bist du da... Ja, dann. Doppelt geschenkt. Aber dann rufe ich die Rolle vor. Ja, das ist ja auch so. Ja, okay. Ey. Ja, ich bin dabei. Ja, ich glaub hier sollte ich... Ja, selbst wenn ich jetzt ein bisschen rutsche, dann hab ich sie irgendwie noch halb sicher. Aber das ist halt ganz schön, weil dieses... Hier tut sich ja diese Höhle nochmal auf, ne? Das ist richtig heiß. Ups. Sorry, bruh. Wir kommen gerade aus einem Scheißhaufen raus. Ja, der hat das hier nur Scheißhaufen gekrabbelt ohne Ende, ey. Ja, vorhin kriegt man da noch so hoch. Oh ja. So. Ja, das Schlimmste haben wir jetzt geschafft. Ja, hast ja schon noch nie gesagt. Geh jetzt hier lang noch. Und dann müssen wir nur noch den Schicksalsberg hoch. Und dann haben wir es quasi auch schon geschafft. Ja, guck mal hier. Da oben ist. Ich schaff den Bokse nochmal. Da geht der André. Da geht die Höhle. Hier geht der Rick. Und hoffen wir einfach mal. Hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir. Ich dachte mir, das Video geht mal zu sehen. Lass mich nicht wieder die Speicherkarte abschmieren. Boah, ist das. Also ein Handy hier durch, ne. Das ist schon scheiße, ey. Ich bin der Handy in die Scheiße. Da war ich mal nicht mehr in der Höhle. Oh. Hä? Irgendwie habe ich vergessen, dass das hier noch so weit ist. Das wird großartig jetzt. Ihr wisst Leute, Premium ist immer diese gute Sache. Wie bei Lidl, das Premium-Pilz aus der Plastikflasche. Mh, Plastikflaschenbier. Boah. Okay, ich muss sagen. Da hängt unser Seil. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle von euch. Mein Arm wird doch langsam lärm. Boah, Wanne-Eike hat schon richtig geile Höhlen, oder? Boah, leg mich nicht. Boah, sind wir nicht in Kamp-Linfo? Nee. Kamp-Linfo ist ja oldschool. Verarscht doch die Fans nicht. Wir sind gerade auf die Autobahn gefahren in Wanne-Eike und dann sind wir da zwei Minuten wieder runtergefahren. Ja, dann müssen wir ja Wanne-Eike-Ost sein jetzt. Ja, sag der Basti doch. Ja, das war mal Feli machen. Scheiße. Deshalb, bye-bye. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen aus wie Rotze, ihr nicht. Ciao. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich.